Vom Streaming-Dienst, der euch nackte Menschen beim Dating und datende Menschen beim Nacktsein gebracht hat. Vier Polizisten, drei Gangster und ein Albino-Pfau machen nichts. Mein Gott, wäre das langweilig. Keine wilden Schießereien. Alter, ist das geil, ey. Rasanten Verfolgungsjagden, Spannungsbögen. Also es scheint hier eine ungewöhnliche Ansammlung von Möwen zu geben. Mit dabei ein toter Vogel, ein lebendiger Vogel, nicht Elias Embarek, Dani Lovinsky, der eine Typ aus 4 Blocks, nein zwei Typen aus 4 Blocks. Sechs Folgen, für die sich der kostenlose Probemonat richtig lohnt. KBV, keine besonderen Vorkommnisse. Jetzt nur auf TVNOW, dem Streaming-Dienst, den alle für die Mediathek von RTL halten. KBV, keine TTL dates. Untertitelung des ZDF, 2020